Hallo und herzlich willkommen jetzt zum nächsten Part von Mega Man 5. So, wie ich bereits schon erwähnte, wird jetzt Protoman Stage gemacht. Ich habe alle Symbole. Los geht's! Wow, okay, Protoman hat sich nach Dr. Wally-mäßiger Art auch eine Festung gebaut. Okay, jetzt... Ja, Blitz. Oh, und genauso verfahren wir auch direkt. Ja, ganz lustig werden, Leute. Ich komme mir vor wie so eine Ritterburg hier. Game of Thrones, oder was ist los, Leute? Kommt jetzt gleich noch ein Link auf mich hierzu und besiegt mich hier. Aua. Aber die Musik ist schon mal nicht schlecht, die hier läuft. Schon mal sehr... Ah, interesting balls in my... Naja, hier bist du schon. Ja, den pustet ich so. Ah, super. Nein, das Mon abfällt mir da runter wieder. Ich kann so nichts vertragen. Nein, pfui. Ich merke ja nicht. Ich bin zu rostig. Maybe. Ich springe natürlich da rein. Ich springe natürlich da rein. Ich kann mir nicht die Nase... Hallo, ich wollte mir nicht die Nase... Ah! Ah, 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 ah. Oh, man juckt mir die Nase jetzt gerade so. Das ist nervig. Ah, das ist auch nervig. Ah, vorab. Ja, hier. Fang. So, ich denke mal nicht, dass ich hier irgendwie so nach einem Item-Ausschau halten muss, oder? Ne, glaube ich nicht. Uah. Moment. Sieht mir aus, die... Ja, ich springe mal so, dann springe ich so, dann komme ich nicht mehr hoch. Auch mal eine gute Möglichkeit, hier mal diesen S-Arrow zu probieren. Ich glaube, da ist so dieses komische Ding da aus... Ja, aus Mega-Man. Welcher Teil hat mir einen Fall gehabt? Wo kam... hat mir einen Fall gehabt? Irgendein alten Game-Boy-Teil war das. Entweder ein Game-Boy-Teil oder wann... Und das war ein Super... Ne, Quatsch, Super-Teil, sag ich. NES-Teil. Ich bin jetzt aber nur gerade mir ein bisschen unschlüssig, wo der war. Es ist auf jeden Fall noch, glaube ich, aus dem alten Mega-Metal dabei gewesen. Teil 4 war es schon mal nicht. Da war der Anker... Und die Ballons. Teil 1 war diese Plattform, die ich mehr machen konnte. Ah, das ist jetzt egal, wo der jetzt ist. Ich will mich jetzt nicht damit aufhalten gerade. Aber ich weiß auf jeden Fall, der ist mir nicht fremd. Rush! Nein! Da war das Sinn. Mann, Rush. Rush, du enttäuschst mich. Kann ich nicht hier einen Mega-Bus aufladen? Ja, ich klicke auch dafür. Oh, lala. Zack. Ah ja, du Fresssack. Hast du dir eigentlich nicht verdient. Hast du dir nicht verdient eigentlich. Weil du bist so doof. Wow, wow, wow. Hallo? Geht's noch? Ja, genau. Oh, nicht direkt am Jet hier. Oder am Bomber hier. Direkt aus von den Marines hier. Okay, das sieht schon sehr nach einer Rush-Jet-Aktion aus. Rush, Kumpel, lass uns mal losdüsen. Ja. Hier braucht man wirklich einen Pfeil. Also hier ist man jetzt wirklich von den Gegenständen hier wirklich abhängig. Wenn man die nicht hat hier, und nicht weiß, dass man sie hat, dann ist man ein bisschen leicht aufgeschmissen. Aber so klart hier mit diesem Gegnerhaus. Wow, 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 wow. Yippie, yippie, yippie. Hier, nimm nur noch mit. Futter ab, Haus. So, ach komm, nimm mich mal mit. Ah, Angriff von hinten. Voll fies. Okay, was haben wir hier? Ich muss echt sagen. Hintergrundgefärbt mir echt. Ja, mit den Schloss-Türmen und so alles. Das sieht cool aus. Ich bin auch so ein kleiner Schloss. Pass auf, der ATSD. Ja, übertreibet. Komm, nimm dich bei Star Wars hier. Robot Wars, kannst du ehrlich sagen. Angriff der Robotskrieger oder so. Ich muss gerade ein bisschen hier gucken. Nein, ich hau ab. Ich hasse das. Nein, bitte nicht. Ohne Scheiß. Ich hab mich innerlich schon gefragt, ob die überhaupt auftauchen. Ja, da tauchen sie auf. Ich muss jetzt mal hier stehen bleiben kurz und mal eben mal hier, wie man so sagt, studieren. Wo sie auftauchen, wo sie nicht auftauchen. Taucht ja in der Irm hier auf. Mal auf doof gefragt. Ich mach's mir einfacher. Ich mach's mir viel einfacher. Ich versuch mal, um auf den obersten zu kommen. Dann schieß ich mit dem Rush-Tipp nach vorne. Okay. Ja, komm. Tauch hier auf. Ja. Nein, Rush. Rush, wie kannst du mir das antun? Ja. Oder so. Gehen wir auch rüber. Wah. 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 Ach. Ach. Schocking. Ihr geht. Schocking noch mehr. Schocking like a boss. Ja, oder können wir... Ich weiß nicht, ob ich die trauen soll, Rush. Rush, du bist ein Mistkerl. Du Verräterhund. Du kriegst kein Mittagessen heute Abend. Kein Shabby mehr für dich. Oh. Kein Shabby oder Cäsar oder was weiß ich nicht, welche Hunde Marken von Essen es gibt. Ja, genau. Jetzt kommt wieder. Jetzt macht Star Wars wieder auf mich zu hier. Oh, komm. Das freut mich nicht. Ab. Ja, genau. Jetzt wird er alles ab. So, weg mit dir. Nein, ey. Die dämlichen Blöcke sind wieder da. Okay, komm. Der wahre Weg hat Megaman. Trotz auch dieser Gefahr. Ach, komm. Hop. 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 Zack, zack. 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 Ja. Nein. Ich baue Mist. Ich bin dumm. Ich haue mich gleich. Dish. Was stehe ich mir jetzt wieder so doof an? Hallo. Komm, wir brauchen die Stirn hier auch kloppen. Junge. Das ist Megaman. Das ist es ja gerade auch. Was mich so zu schaffen macht. Nichts. So, jetzt komm. Action hier. Leute. Was los? Come on. Come on. Come on. Here. Let's make it fun here. In this game. Und so geht das. So, fertig. So, jetzt. Wie geht das hier? Komm, zeig dich mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Eins. Und. Moment. Eins. Eins. Zwei. Mhm. Sieht mir so. Ah, diese verräterische Doppelblock da über den Mein Kopf. Das ist schon wieder so eine Sache. Ich meine, ich könnte aber auch mit der Rushcall eigentlich da rüber gehen, wenn ich mir ein bisschen besser nicht so doof anstelle. So. Geht doch. Mann. Zack. Zack. Haha, ihr habt den schon gesehen. Was zum? Hau ab. Du bist ja echt, es ist wie eine Fliege bist du. Ja, weg mit dir, du. Garstiges Ungetüm. Warte mal eben. Ich könnte... Rush shit braucht nicht so eine Aufladung. Ich würde Rushcall, werde ich mal aufladen. Oh Gott, das nervige Vieh ist wieder da. Hau ab von mir. Na, komm her. Ich hab noch eine Ladung für dich. Ja. Ach. Habe ich erwähnt, dass ich mich mal kurz noch mal nachladen werde? Ja. Ja, ja. Komm mal, bleib mal bei mir. Bleib mal bei mir. Ich hab nur was Schönes für dich. Ja, jetzt kriegst du noch einen. Komm her. Noch einen. Kommt noch eine Ladung für dich. Zack. Oh, Feierabend. Mein Gott, wie gibt's denn von euch hier? Warte. Hau ab. Ich brauch dich nicht. Oh, den brauch ich aber. Na, 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 na. Habe ich ein Zeichen mit dem verloren? Ach. Schnick, schnack. Ist egal. Brauchen wir nicht unbedingt. So, was kommt denn hier auf mich? Was bist du denn für ein Wie? Wow, wow, wow. Ja, genau, du. Du bleibst genau stehen, bin ich gerade auf. Wow, wow, wow. Jetzt bewegt er sich noch schneller. Okay. Hallo? Ey, Junge, jetzt gehst du mir noch so auf den Kehricht. Okay, er ging mir auf den Kehricht. Okay, diese Gegner sind sehr komisch. Da muss ich mir mal überlegen, was für eine Waffe der Allergie hat. Muss mal gucken, ob er einen schwachen Punkt hat. Irgendeine Waffe werde ich ihn ja wegpusten können. Der taucht irgendwann eine Waffe, eine spezielle... Nein. Nein. Gibt's denn noch hier? Warte mal. Ne, hilft gar nichts. Ich kann hier erst probieren. Nein. Ähm. Ne, hilft gar nicht. Wurde ich gar nicht ausprobieren. Ähm, Crystal Eye? Nein, hilft auch nicht. Ist egal, ob ich jetzt sterbe. Ich mache ja nur ein bisschen zu... Studieren. Wo ist der Gegner empfindlich? Aha! Spüle dich weg. Ne, 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 ne. Nein, nein, nein. Akzeptiere ich gerade nicht. Voll und ganz nicht. Ich werde mich jetzt wegspülen. Ja, komm. Malgo, was bist du für ein nervenes Vieh? Boah, guckt doch nicht mal. Alter, der geht mir auch um Kicks hier. Komm, ja. Boah. Weggespült. Der hier ist ein Energietank nicht noch mal, der hat mich weggeschossen. Das wäre mir total nicht passen. Mir erst recht nicht. Okay. Machen wir parts-technisch. Bin jetzt bei der Stage hier. Ja, hat er denn noch mal hier? Ja, ich denke mal, nach dem Level werde ich dann Cut machen. Dann die nächsten Parts sind wir dann die nächsten Runden. Aber ich werde jetzt noch nicht von Schluss hier... Also, es geht ja noch weiter. Keine Sorge, Leute. Also, bleibt ruhig. Keine Sorge, jetzt sehen. Keine Panikattacken kriegen oder so. Wer hat sich denn diese Idee einfallen lassen hier? So. Gehen wir mal hier hoch. Okay, bin ich schon mal richtigen Weg gegangen. Kuckuck. Kuckuck. Den nehme ich auch noch mal da hinten. Oh. Aber es wird so schratt verarbeitet hier. Na, du... Kannst mich mal sonst wo. Ich fahre wieder den Rush-Coil oder den Arrow. Komm, ich nehme den Arrow. Boah, der ist gerade so praktisch. Und ist zuverlässiger als ein gewisser Hund, den ich jetzt hier nicht nennen möchte hier. Boah, guck dir mal wieder diesen randalierenden Zug-Metal-Head an, ey. Komm her. Habt noch genug Ladung für dich. Ist genug Plasma für alle da. Keine Sorge, Leute. Alles noch da. Und du kriegst kleine Kugeln von Plasma-Energie ab. Du kriegst eine volle Ladung. Der kriegt das recht. Volle Ladung ab. Na, du kriegst ihn so ab. So. Runter geht's, ne? Na, das sehe ich schon fort, dass es doch Fließ-Spanner sind. Also muss ich auch ein bisschen aufpassen, wie ich da lande und dann laufe. Ah. Abs. Sada. Gut. Oh Gott, Spikes. Spikes. Really, Spikes. Ich finde ich auch noch... Ah, nee, das hat mir auch noch gefehlt hier. Ja, genau. Als ob es nicht schon schwer genug ist, mich hier zu konzentrieren, wo ich hier aufspringe und lande. Ja. Ist auf Augen. Klacks. Dagdadadadadadadba. Boah. Na komm her. Na zack. So, macht mal Lats. Reicht? Nee, reicht nicht. Ich muss ein bisschen Herz sehen. Komm, schießt, du Blödmann. Der Nächste, bitte. Zack. Gut, so. Hm, 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 hm. Passt. Nee, passt. Oh, 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 komm. Nein, 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 nein. Das ist mir egal. Autsch. Nee. Warte. Double Hits. For the win. Na, na klar, den würde ich erschießen. Er verschwindet wieder, ist ja klar. Hm, 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 hm. Oh, nee, falsch, hey, Richtung. Ja, genau, er kommt nochmal zurück, du... Da, ja. Mal zurückziehen. Ja, hallo? Mama Mia. Galba Dostiki, la, 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 la. Ja, genau, hallo. Ist mal halblang hier, Leute. So, zack, zack. Zack, zack, war dann die Backe hier. So, Spikes. Und bitte ignorieren wir mal schnell. Da ist schon wieder ein Live. Kommen wir den Montag mit. Hallo, Drush. Wie geht's? Dieser, dieser Riss hier oben hat mich schon wieder irritiert. Ich dachte gleich, ich komme wieder so ähnlich wie bei Waveman Stage. Das ist gleich wieder so eine hässliche Wolke hier, um mich anzugreifen. Und mit, apropos Wave. Ich weiß hier gerade, brauche ein bisschen Munition für die Wave-Weapon hier. Ah, Sackhüpfung. What the, what the? Ja, klein, aber oho, her damit. Ich brauche jede Munitionsart, die es hier gibt. Die greife ich alle auf. Ja, hier. Jetzt schau mal. Schau mir da morgen ab. Also, die werde ich hier wirklich von nur zugespampt hier. Oh, ein bisschen Vorsicht beim Springen. Oh, da schließe ich noch einen hin. Weil ich daran Spaß habe, mit dem Megabus rumzuspielen. Oh. Dafür brauche ich ja die andere Batterie ja nicht. Zack. Hä? Komm, zeig den mal. Guck, guck. Wow, okay, der hat gut viel durch. Aber nicht den hier. Ähm, ähm, ähm. Warte mal. Ist der vielleicht auch wieder so ein kleiner Trick? Den lasse ich mal liegen. Falls ich mal nachher K.O. gehen sollte oder so. Und die wieder zurückkehren mit wenig Life. Dann bläh. Ja, genau. Übertreib, du hässliches Drex. Ja, der will mich. Der will mich. Boah. Haut doch mal ab, ihr Nervtüten. Boah, der ist noch nerviger. Ja, genau. Mach's mir genauso einfach. Auch ab, du. Ja. Genau. Genau. Boah. Aua, der kriegt der wieder. Das kriegst du wieder. Komm zurück. So, ähm. Demstechnisch haben wir wieder neun. Also, heißt es wieder eine kleine Runde studieren, was dieser Gegner wieder ist für einen Freak. Dann. Was bist du denn jetzt für einer? War so kleiner. Genau das. Okay. Wie muss ich... Hat der eine Schwäche? Ne? Das war schon mal nicht die Waffe gegen ihn. Mal kurz gucken. Ah, der kommt ja näher. Wie sieht's... Ja, sag mal. War da wirklich die Waffe gegen ihn? Ja, tatsächlich. Wow. Der bleibt doch genau da stehen, wo ich... Boah, das hat eine Drecksau. Boah, 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 boah. Hupsah! Osaka! Und, gute Nacht, mein Freund. Tchuuu! Muss dringend die Waffen aufladen. Weil die werden ja nicht aufgeladen, hier durch die Stagewechsel, hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Egal, auch wieder eine kleine Sache, die man schnell wieder besänftigt hat. Da, 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 da. Ja, ich denke mal, beim nächsten Part sehen wir uns dann wieder. Ich cutte einfach direkt mal hier durch. Also bis zum nächsten Part. Bis dann!